. 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 Kannst du nicht mit uns mitkommen? Und du zeigst mir die Wege, weil es wär genau das, was ich suche. Und wie soll ich dich jetzt irgendwann morgen zur Autobahn fahren oder nicht? Wenn ich hier noch bleiben darf. Und hast du eine Freundin oder so? . 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